So YouTube, na lo lo, herzlich willkommen zurück zu 7 oder 10 Days to Die, wie ihr auch immer ihr wollt. Ich habe mir in der Nacht einen neuen Bogen gecraftet. Jetzt haben wir einen richtigen Bogen. Die Sachen können wir hier lassen. Die packen wir in diese Kiste. Wir haben sehr viel abgebaut, sehr viel Steine übrig, die wir gar nicht mehr brauchen. Ja, das Messer, das brauchen wir. Pflastersteine würde ich auch mit rüber nehmen. Die Pfeile, wir haben uns Pfeile selber gemacht, würde ich nochmal hier in die Kiste legen. Haben wir auf jeden Fall auch im Vorrat. Das kann weg. Die Steine können auch noch weg. Boah, haben wir viele Steine. Ein bisschen Pflaster können wir hier lassen. Das können wir hier lassen. Die würde ich nochmal mitnehmen, die Schaufel. Ich habe gerade gesehen, da hinten war auch noch eine Schaufel. Kann das sein? Ja. Mit Modifikation. Dann nehme ich doch die. Warum mache ich denn die? Die können wir dann zerlegen. Habe ich zwei Schaufeln gebaut. Sieht so aus. Okay. Wasser ist auch nochmal fertig. Er hat auch Hunger. Ah, ich habe keine Nahrung mehr dabei. Dann nehmen wir Nahrung mit. Zickizacki. Die sind noch im Anbau. Und ich habe wirklich nicht nachts abgebaut. Uh, da hatten wir Glück. Ich habe nicht so, mir ist so beim Abbauen gekommen, dass ich das vergessen habe wegzunehmen. Aber die Zombies kamen nicht. Wir hatten Schwein. Okay, wo ist... Die Schaufel, da ist sie. Ich wollte gerade sagen, hä? Okay. Die müssen wir noch ein bisschen abbauen. Bevor wir das befestigen können. Gibt auf jeden Fall gute Ressourcen. Und mit der Schaufel, die den Mod dran hat, hier besseres Schaufelergebnis. Da kriegt man auch, glaube ich, ganz gute Ergebnisse gerade. Was Geschwindigkeit und Co. angeht. Grundsätzlich müssen wir den gesamten Strang, glaube ich, sowieso dann befestigen auf lange Sicht. Sonst kramen sie sich irgendwann einfach seitlich runter und landen im Gang und kommen dann von innen. Das wäre ungünstig. Und wäre zu vermeiden, würde ich mal sagen. Wenn man jetzt ein bisschen mehr investiert. Andererseits ist Tag 25. Wir machen es wieder so. Bis 10. In etwa planen wir und bauen wir. Ich hoffe, ich kann jetzt auch die ersten Cobblestone-Sachen setzen. Wir haben 131 Dinger. Müsste erst mal reichen. Je nachdem, wie tief hier kommen. Aber nicht. Aber die kriegen das schnell nach. Wichtiger wäre eigentlich, dass wir langsam die Eisendinger fertig produzieren. Das ist ja eigentlich wichtiger. Boah, ist hier viel Sand. Aber das war in meinem anderen Spielstand nicht so. Das hier so viel. Oh, hier war sogar ein Zombie dran. Oder ich. Da Stein. Vom Erdrutsch verschüttet. Das wäre nicht gut, wenn das passiert. Schreibt euch mal vor, mir würde der Sand einfach über den Kopf rauschen. Oder eine Zombie-Horde. Beides nicht so lustig. Okay, das Stein. Das ist gut. Vor allem, das sieht nach Stein aus. Ist aber kein Stein. Warum nicht? Eigentlich, wenn ich mir echt überlege, ist eigentlich Felsen sogar oder Hügel sogar das Schlechteste in dem Spiel zu verteidigen. Besser wäre wirklich eine Schräge, ein Tal, wo die reinrennen. Und man hält den Turm in der Mitte, sodass man sie auf gleicher Höhe schon abschießen kann, wenn sie ankommen. Und sie ist vielleicht ins Traumeln geraten, wenn sie irgendwie ins Stacheldraht kommen oder so. Tja, vielleicht der neueste Turm dann. Erstmal den hier aus Cobblestone. Es ist ja nicht aller Tage Abend. Okay, das Loch wird auf jeden Fall riesig. Ich glaube, ein bisschen zu riesig schon. Aus der Seite müssen wir auf jeden Fall noch was abnehmen, damit wir drei nebeneinander kriegen. Ich mache den Gang, wo wir runter und hoch gehen, auf jeden Fall zwei breit. Ich hoffe, das reicht von der Tiefe. Wie gesagt, wir können uns ja immer noch von innen da ran bauen und das weiterhin verstärken. Aber ich glaube, so können wir erstmal beginnen. So, bedeutet, du bist auf Stein. Okay, du bist aber nicht auf Stein. Du musst noch weg. Okay, hier unten ist er eins hoch. Machen wir das erstmal. Machen wir erstmal ein. So, und ab hier wird er zwei breit. Oh, oh. Was gut ist, man kann sich hier immer wieder hoch bauen. So, das ist erstmal der Grundturm. Und der kriegt drei in die Richtung an Stärke. Das reicht aber erstmal für die ersten Hordenächten. Von einer Verstärkungsriege. Hier werden wir auf jeden Fall zwei Nächte überstehen können. Mein Umzug wird wahrscheinlich eh anstehen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier vielleicht bleiben. Oder doch nochmal woanders hingehen. Oh, oh. Was hast du denn da Schönes? Bewegen die sich auf und zu? Nö, die stehen dann blöd rum, nicht? Hier ist nichts. Hier ist nur ein Hügel. Na, komm. Geht doch. Jawoll. Ja, der schießt sich auf jeden Fall ganz anders. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Wo sind die anderen hin? Hä? War hier nicht gerade eine riesige Truppe? Ich habe doch nicht alle getroffen und erschossen. Aber gut. Ist vielleicht auch die bessere Entscheidung, euch zurückzuziehen. For big Larry. Okay. Jetzt können wir langsam so sehen, in welchen Größenordnungen wir buddeln müssen. Okay, also drei nach hinten. Das wäre eins, zwei wäre hier. Das hier. Das hier ist schon viel zu viel. Okay. Hier genauso. So, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber ich mache den mal lieber stabiler. Ich weiß nicht, so ein Erdblock, dem vertraue ich jetzt nicht unbedingt. So, dann ist er da schon zweidig. Und an den stellen drei dick. Und hier will ich auch noch ein bisschen befestigen. Sieben Uhr. Noch ein bisschen Zeit haben wir. Okay. Das machen wir auf jeden Fall stabiler. Ich weiß nicht, dass wir direkt unser Fundament untergraben können. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Die Ecke ist fertig. Hier müssen wir noch runter. Ah, es sieht doch schon ganz gut aus. Hoffe ich zumindest. Wie gesagt, ich kann die schwer abschätzen. Okay, da ist sogar schon. Wir haben auch nur noch acht Dinger. Okay, zwei Seiten haben wir auf drei bekommen schon mal. Das ist sehr gut. Die anderen folgen dann. Dann bauen wir den so. Ich habe den, glaube ich, ein zu tief gebaut. Der muss auf jeden Fall drei mindestens hoch. Ich würde sogar sagen vier. Ich will halt nicht zu hoch. Aber wenn ein großer Bär kommt, dann haut der uns nämlich nach unten irgendwas kaputt. Ah, also da müssen wir vorbereitet sein, würde ich sagen. Das Gute ist, ich habe es, glaube ich, jedes Mal besser gegraben. Im anderen Spielstand muss ich überall Stegen ranbringen. Ähm. Ich könnte hier ausbleiben. Was war denn da? Holz? Was, du hast Durst? Ach, so ein Quatsch. Durst. Ja, die Seite wird noch harrig, würde ich sagen. Jetzt müssen wir noch einiges abbauen. Aber ich fühle mich hinter den dicken Mauern dann auf jeden Fall sicherer. Nee, das brauchen wir gar nicht. Das sei jetzt im Haus, nicht wahr? Okay. Das wäre eins. Das wäre zwei. Ist ja noch eine ganze Ebene runter da. Ich mag halt diese Übergänge nicht von den verschiedenen Arten, nicht? Dass das sich nicht so anschmiegt aneinander. Das sieht halt ein bisschen blöd aus. Ich finde es krass, dass die Zombies halt Ingenieure sind, alle. Und genau auch wissen, wo denn Schwachstellen sind, die man gebaut hat. Zack. Oh Mann. Das sehen wir haben bei genug Lehm und To. Aua. Oh, ich habe mich richtig erschrocken. Oh, wir haben fast wirklich einen Erdsturz. Ich habe vorhin einen Witz gemacht. Es geht wirklich. Okay. Gut zu wissen. Guck mal, ein, zwei, der ist auf drei. Das heißt nur die Ecke fehlt noch. Ich glaube, hier habe ich ein bisschen zu viel weggenommen. Ja, wird schon. Wird schon werden. Besser als vorher. Wir trinken was. Dann bringen wir alles weg. Es ist 9.14 Uhr und dann ist 10 Uhr und wir gehen in die Stadt los. Ich glaube, ihr habt so eine Ahnung von Konzept, was ich da auf jeden Fall bewerkstelligen möchte. Und auch hier können wir mal gucken, ob wir da eigentlich bessere Sachen manchmal hinkriegen. Aber ich glaube, ich brauche das alles gar nicht mehr so wirklich so gefühlt. Essen haben wir auch noch. Die Dinger haben wir. Munition kann hier rein. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Ding brauchen wir aber nicht. Das legen wir hier hin. Pfeile 100. Die können wir unterwegs aber verbessern. Holz haben wir. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Reparaturwerkzeug. Und die würde ich einmal reparieren. Und Können wir noch mal essen, trinken. Ja, wir können eigentlich noch mal irgendwas zu uns nehmen. So Eintopf oder sowas. Fahrrad. Manchmal leckt das Fahrrad aber auch. Okay. Rumrum. Ab in die Stadt again. War doch hier. Genau. In die Richtung. Und dann würde ich noch mal in die Clover Heights gehen, oder? Da waren wir noch nicht ganz durch. Da müssen wir denen noch mal eins auf Binse geben. Kann ja nicht so sein, dass die da überleben. Vielleicht ein paar mehr Pfeile für unterwegs. Hier wieder ein Hühnchen. Die Straße ist auch deins. Ne. Schade. Unsere Baumfarm. Haben wir jetzt auch noch nicht wirklich gebraucht. Ich habe sie aufgebaut. Sie ist fertig. Und jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Weil wir direkt von Holz auf Rest übergegangen sind. Nicht wahr? Da ist eins. Glückliches Hühnchen, du. Erwisch dich noch. Putt, 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 putt. Hatte neulich aber auch so ein Hühnchen, was einfach auch nicht fokussierbar war. Nach 20 Feiern habe ich dann aufgehört. Sag mal. Hallo, ich schleiche. Du kannst gar nicht wissen, dass ich da bin. Oh. Fassel mich jetzt davon. Was habe ich gerade gemacht? Einen Baublock hergestellt. Boah. Manchmal macht er ja einfach Sachen. Nein, weil meine fetten Finger auf Tasten kommen. Passiert euch das nie? Ich habe immer das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der mit diesen ganzen Eingabegeräten Probleme hat. und ständig auf irgendwelche Tasten kommt. Was einfach von der Haptik viel zu, ja, leicht zu triggern ist. Fahrt hat auch nur noch 60%. Oh, nicht gut. 129 Pfeile. Da ist noch ein Nest. Können wir noch ein paar mehr machen. Was fehlt denn uns? Wir haben nur ein... Ach, da waren eher Eier drin. Naja, hier, da müssen wir auch irgendwann nochmal rein. Obwohl, hier waren wir schon. Das hat vier Sterne? Hier habe ich hier was übersehen. Never. Hier war jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Da hat nichts auf dem Dach. Guten Tag, der Herr. Aber das war es hier eigentlich schon. Wenn man es beim letzten Mal... Ich glaube, hinten ist noch ein Zombie oder so, aber... Was hier soll vier Sterne haben? Warum? Fogenteile. Gibt ja auch nichts im Dach oder so. Wahrscheinlich gibt es irgendwo ein unterirdisches Ding, was ich nicht gesehen habe. Eine Klappe oder so. Da oben. Ja, okay. Da waren wir nicht. Ich hoffe, hier gibt es keine Granaten. Es gibt auf jeden Fall Federn. Das ist das Problem. Hier ist hinten ein Auge. Das habe ich komplett übersehen. Hier bricht doch gleich irgendwas ein. Und dann landen wir nämlich da unten. Wir nicht wissen, was da unten auf uns wartet. Nee. Aber die Dinger sind aus Eisen, oder? Okay. Oh, oh. Gut, dass wir so ein Gespür haben. Das ist echt wichtig. Ich hoffe, da ist nichts drin. Das muss hier respawned sein alles. Das hatten wir schon gelootet. Oh, aber das Ding können wir mitnehmen. Bringt aber auch kein Eisen. Nur elektronische Teile. Sieben Eisen. Bringt eigentlich Dixis. Plastik. Plastik. Oh, nicht so wichtig. Die Autos bringen auch nicht elendig viel Eisen. Eigentlich sogar recht wenig dafür anderen Scheiß, den man nicht wirklich braucht. Also ich noch nicht brauche. Ich weiß nicht, ist das sogar mit der hier effektiver, nicht? Oh. Oh, wo ist unser Rad? Abwurfzone. Da hinten. Das ist ja ganz dicht bei uns. Da kommen wir doch schnell hin, oder? Okay. Clover Heights. Du musst kurz warten. Oder können wir das auf dem Rückweg... Was können wir da auf dem Rückweg? Ah, das ist nördlich von uns. Ah, gut. Das ist dichter. Na, dann auf. In die Schule. Ich hoffe nicht, dass alles respawned ist. Mal gucken, können wir die Leute wecken. Oh. 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 einfach durch sie durch vom glück ist sie nicht die schnellste oh sage mal Okay, die Basketballhalle ist sicher ein Spaß. Wollen wir da wirklich rein? Ach die Scheiße. Aua. Die Scheiße mit Kopf. Oh, Glück gehabt. Oh. Guten Tag, hier drin sind mein neuesten Bogen. Au, sorry. Also, die Ratus Vorführung... Dann kommt auf jeden Fall Aufleisten. Sag mal. Sag mal! Ich glaube, wenn ich losgelassen habe, wegzuppelt, kriegt das Spiel dann nicht hin, dann ist das Wasser doof. Ich muss, glaube ich, länger draufhalten. Aber hier waren noch mehr. Ist hier vorne irgendwo? Ah, da kann man rein, nicht? Aber da waren wir, glaube ich, schon. Was hier waren auf jeden Fall noch welche? Und nicht, fünf Pfeile schon wieder nur. Also nicht, dass der sich jetzt woanders versteckt hat, der Schnelle. Da ist er. Oh, das ruckelt. Schlechte Stelle, um zu ruckeln zu spielen. Es ist sehr laggy gerade. Sehr, sehr laggy. Also warum das manchmal auch hundertprozentig... Ist er tot? Sicherheitsschuss. Wir gehen ganz sicher. Oh oh. Wer macht denn hier schon wieder Kraft? Krach. Die können ja mal Kraft machen. mal. Ey. Sag mal... Da sitzt ja noch einer. Sag mal. keine guten zombies oder da ist noch einer ich hatte dich doch aber auch schon getötet einmal sind die wieder da noch ein leerer hierhin versteckt bücher wichtig brauchen war und ich würde sagen was wir auch brauchen ist noch eine neue folge bis gleich